Hallo und herzlich willkommen hier bei Plans vs. Zombies Teil 2. Wir sind im alten Ägypten und ich würde sagen, wir probieren einfach mal Level 1.15 und schauen, was da so auf uns zukommt. E so ist, ein Plansennotruf über das Bananentelefon. Wir sind leichte Beute, wenn wir ihnen nicht helfen. Lass uns hier Wurzeln schlagen und sie retten. Okay, ich habe die falsche Stimme genommen für Deppy Dave. Die bedrohten Pflanzen. Wieso sind die so weit vorn? Es spinnt ja wohl. Puh. Wir brauchen zumindest mal eigene. Ich glaube, ich würde die Laser Kombi wieder nehmen. Mit Laser können wir sie zumindest mal dann absichern. Also Laser sind einfach sehr effektiv. Dann brauchen wir einen Stein hier und den hier. Dieses Mal schaue ich ganz genau hin. Ich sehe keinen Wolfi. Aber es könnte sein, dass wir es zweimal machen müssen. Ich bin sehr gespannt. Okay, die werfen zumindest mal gleich ab. Dass wir hier ein bisschen was machen können. Okay, Laser hätten wir somit auch gleich am Anfang. Na komm. Okay, der läuft schon mal auf einer ungeschützten Lane. Das ist gut. Ich hoffe jetzt nicht, dass die gleich irgendwie so weiter oben kommen. So, noch einer auf der Lane. Damit kann ich leben. Obwohl, dann baue ich hier gleich ein. Machen wir gleich einen Drachen rein. So, die Drachen kann ich ja da dazwischen setzen. Und hab dann schön meine Ruhe dazwischen. Okay. Jetzt bräuchte ich einen Stein für die obere Lane. Für die hier ist es nicht so wichtig. Stein, komm. Du musst hier schützen. Und wir machen hier einen noch rein. Oh, es war so klar. Jetzt kommen sie wieder. Unsere Freunde. Da kommt auch schon Kamelflasch. So. Ähm. Ich brauche einen Steini. Steini, komm. Ich brauche zwei Steinis. Nein, ich brauche nicht den. Oh. Ganz klasse. Das war der Mega Hammer Fail. Frisst der echt an der Pflanze? Dann habe ich verloren. So, komm. Mach ihn fertig. So. Steini für die Sub-Lane. Okay. Wir sind es schon mal wieder ein bisschen. Dachte echt, jetzt muss ich rein grätschen. Da können wir auch noch einen reinsetzen. So. Und in der Lane haben wir noch gar keinen Schutz, oder? So. Dann ersetzen wir den hier. Nein, nicht durch den. Ich will den hier. So. So. Jetzt können wir aufbauen. Dann nehmen wir hier noch einen Kamel. In den Angriff. Ähm. Sub-Lane hat noch keinen. Hier. So. So. Sieht's auf den ersten Blick nicht schlecht aus. So, komm. Laser Joe brauchen wir. Ich brauche noch ein ganz kleines bisschen. Dankeschön. Noch mal ein extra Laser. Und wenn wir jetzt genügend Kohle haben, bauen wir eine zweite Laserreihe auf, oder? Zum Beispiel für die Kamelreihe hier. Oder wir bauen gleichzeitig hier noch, für die, wo extra sind. Ah. Oh. Jetzt noch was zum Einsammeln. So. Ich bräuchte... Dankeschön. Die bräuchte ich hier oben. Okay. Wir haben extra Dünger gemischt. Da ist sie durchgekommen. So. Und der Rest ist jetzt eigentlich nur noch für der Schönerung. So. Wo ist genau? 3, 4, Bruch und Kamelschutz. Jetzt können wir, glaube ich, einmal alle stunnen. So. So. Das sah bis dahin nämlich sehr gut aus. Die obere Reihe ist ein bisschen in Mitleidenschaft genommen. Unten kommt ein Kamel Flash. Aber läuft. Da können wir noch mal eins investieren, oder? Ne. Jetzt kommt der Irsch. Große Reihe. So. Komm. Noch einmal. Dankeschön. Da will ich auch noch einen Laser haben. Immer schön aufpassen, weil es unsere Blender trocken würde. So wie hier. Oh, oh, oh. Fuck. Hätte ich auch, hätte ich nicht extra machen müssen. Ich hätte auch mit dem Laser hätte ich auch arbeiten können. Aber das war jetzt gerade eben ein Schockmoment. Ja, dann danke ich dir vielmals fürs Zuschauen. Was bekommen wir? Wahrscheinlich nur wieder Kohle. Nein, wir bekommen ein neues Kostüm. Oh mein Gott, sieht der groß an aus. Gut. Das war die Runde. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Schauen wir noch schnell auf die Karte. Was uns da erwartet. Ja, das war Level 1.15. Okay, dann danke ich dir vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen bei einer neuen Runde. Hier Plants vs. Zombies Teil 2. Bis dann. Ciao, ciao.